Ja, hallo, ich bin's nochmal, der Adalbert, der Kollege von dem Alpes, und das ist Karl-Heinz. Hallo! Hallo! Ja, der Karl-Heinz und ich suchen eine Frau. Karl-Heinz, was meinst du denn, bekommen wir eine Frau? Nein, du nicht, du nicht. Ach, Karl-Heinz, ich sag doch nicht sowas. Karl-Heinz, du weißt ja, was ich für Vorzüge hab, ne? Ja, 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 bla bla bla. Ach, Karl-Heinz, sei doch mal vernünftig jetzt. Jetzt sag doch mal, was für eine Frau möchte ich denn gerne haben? Ähm, die sollte, die sollte schlank sein, sollte Geld haben und die sollte auch, hm, im Urlaub fahren. Ja, ich fahr gern im Urlaub. Karl-Heinz, du doch nicht. Doch, ich fahr gern im Urlaub. So, bis nachher, ich muss schlafen gehen. Ja, Karl-Heinz, du doch nicht, kannst doch nicht schlafen gehen. Doch, ich bin müde. ganzen Tag bin ich auf dem Fallen hier, ich kann nicht mehr. Bla 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 bla. Okay, tschüss, danke, tschüss. Ich will echte sehen uns. Dann komm doch nicht, was das dann in der Matte? Also, ich mache die余sfeindigung. Und dann nimmstelle ich dann noch nicht mehr, wie du das. so ein bisschen schlafen.